Heute ist der sechste, neunte und wir lassen jetzt eine Himmelslaterne steigen. Echt? Sonst fasst man eh da mit rechts und links an. Wenn er brennt, lässt ihn fallen. Aber du, der wird schon bauchiger. Soll ich mal ein bisschen ziehen, dass er hier noch bauchiger wird? Jetzt wird er bald. Warte, das spürst nur du. Aber du musst rechtzeitig los, dann geht's so nicht hoch. Ich guck jetzt, wann er Aufzug bekommt. Und? Der schwebt, ja? Ja, das ist schon länger. Ne, halten gerade, halten gerade, sonst fällt das runter. Dieses, ist doch bloß so... Ist noch nicht... Ja, fass mal da an, da merkst du es eher. Ja, es darf kein Wind sein, Arnd. Es darf kein Wind sein, Arnd. Der Wind stille steigen. Wenn es weit geht eben. Ne, das geht, wenn es aus ist, dann... Aber jetzt könnte ich ihn steigen lassen. Na, lass ihn! Lass los! Cool! Oh, geil! Das ist geil! Das ist geil! Huch! Und genau in die Richtung, genau so wie die. Hätte ich ja nicht gedacht, dass der bei Regen steigt. Ne, es droppelt doch nur ein bisschen. Aber jetzt treibt er auf dem See raus, ne? Na, hier machst du eine coole Idee. Ne, jetzt droppelst du. Du machst ihn immer da. Ja. Der soll ja oben bleiben. Cool! Guck lieber hinterher, Arnd. Guck hin, der ist bald weg. Bei Lidl? Wo warst du denn hier heute? Ja. Bei Lidl? Oder der war mehr Wind. Wo hast du denn gekocht?